Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt oder einer neuen Folge auf diesem Kanal. Wo guckst du denn hin? Keine Ahnung, ich guck mich selber an. Ah, mit dem Melonen Yoshi und dem Rofelcopter. Hallo. Ja, Melonen Yoshi kennt ihr, Rofelcopter kennt ihr aus Minecraft Skyworld. Ähm, der gute alte James. Äh, und ja. Stimmt, ich bin James, hab ich von der Kommentare vergessen. Perfekt. Wir sind hier auf einem ganz neuen Territorium, auf einem Projekt, den er sich gerade ausgedacht hat. Wir sind hier in einer flachen Welt. Ungefähr hund... Okay, okay, nee, 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 komm, lass mal. Machen ruhig. Connection, ja, schön. Warte mal, ich komm grad nicht rein. Also wir sind in einer flachen Welt. Oh, Connection Refused, ja, ja. Wir sind in einer flachen Welt, unter uns sind ungefähr 100 Blöcke Stein. Und ganz unten, über dem Bedrock sind... Ich komm nicht rein. Ist eine Schicht Obsidian. Und unser Ziel ist es, in den Neta zu kommen und dort den Widder zu besiegen. Und ich komm nicht rein, was ist denn das jetzt? Ja, wir kriegen die Ressourcen, indem wir einfach wandern und erkunden. Also es ist ganz interessant, warum kommst du jetzt nicht rein? Ich komm grad nicht rein. Warum ich immer noch im Weihnachtsmann quasi... Oh, ich bin drin. Ich bin drin. Oh, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Er ist wieder da. Ja, bisschen unsymmetrisch, aber egal. Asymmetrisch. Ähm. Warum nicht Weihnachtsmanns, das gehen? Keine Ahnung, ich find's geil. Ich hatte keine Ahnung. Wollen wir hier noch das James-Auftritt? Keine Ahnung. Äh, okay. Wollen wir starten? In welche Richtung gehen wir? Ich würd sagen, wir starten. Norden, Osten, Süden, Westen. Ich wär für Osten. Okay, dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir in den Osten. Was sind wir da? Ja, oh, hier ist ein Pferd. Mein Pferd. Oh mein Gott, wir haben Garten. Da ist der Osten. Das ist das geheime Ziel des Spiels, den Pfeffeln. Wartet auf mich. Ja. Wo seid ihr? Ich find's gut, ich guck nach Rind, ich seh nur ein Schafschaden kriegen, Alter. Da, da, da. Ich hab ruhig. Hallo. Wolle. Er hat Wolle, wir haben gewonnen. Er hat Wolle, wir haben gewonnen. Das ist so ein kleines Zwischenprojekt für Space. Der ist hinter mir her. Space kommt einfach auch noch nicht. Wissen wir, ich dachte Ost. Also wir müssen plus zwei Dinge in Space noch machen. Das ist doch, sag mal. Das ist doch Osten. Vergehst du in den Osten, Osten, ja. Ganz kurz, hört mir gerade eines Inventarbehalten an. Ja. Bleibt aber auch Schnee. Ja. Okay. Ähm. Junge, wenn wir hier irgendwas verlieren, RIP. Ja. Wir müssen plus zwei Dinge noch vorbereiten. Einen NPC scripten und halt noch platzieren und dann kann das Space schon losgehen. Ganz kurz. Ich hab ja gesagt, es kommt in fünf Wochen. Wichtig hier. Wir haben bisher noch kein Dorf gefunden, weißt du, oder? Ist doch, weil ich mein, Gretz, die für eine Scheiße, worauf bin ich gut dürfen. Ich auch. Junge. Woher hast du das? Wer hat das? Ist das schon warm, so ein Weihnachtsmann-Outfit? Digga, was für? Du sitzt auch gerade im Weihnachtsmann-Outfit vorm PC. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich sitze gerade so mit Bommelmütze und so ein Weihnachtsmann-Mantel vorm PC. So Polarausrüstung. Hallo, kann jetzt mal draufkommen? Ja, ist so. Hä? Gibt's hier überhaupt welche? Ja. Ja, muss ja. Ich hoffe doch. Dörfer gibt's. Doch, na klar. Hä, wo seid ihr hin? Na super, es fängt an. Egal, du findest uns schon wieder. Ja, ja. Wo rennst du denn noch hin? Ja, nach Osten. Genau. Du bist auf einmal straight up abgebogen. Hä? Und was gehst du leicht Nord-Ost? Ich geh komplett Osten. Hä, ich doch auch. Irgendwie. Das ist doch egal, ob du jetzt 10 cm weiter westlich, äh, weiter, weiter neben mir nach Osten läufst oder nicht? Das ist doch, hä? Das ist doch Osten. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist grün. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist blau. Da hinten. Alter. Das ist jetzt mein Block. Was macht der? Der Erdblock. Ich weiß auch nicht, woher der denn hat. Echt? Wo? 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 Da, wo uns? Ich seh dich. Ich seh auch nicht. Ja, eure Sichtweite zu klein, oder was? Dorf, Ahoi. Wo? Atta! Projekt vorbei. Wir haben's geschafft. Ich seh so das Feld. Dorf. Ihr so was? Wo? Ja, weil du es höher hast, als ich. Ich hab nur so ein Feist. Er hat's auf 1000 oder so. Ja, ich hab's auf 10, glaub ich. 23... 23 Millionen. Einfach das Ganze im Bett sehen. Lol. Ach, durch mein Taxi-Pack fertig ist ich so, so hinsetzen. Nein, Essen. Nein, Bett. Aber guck mal, die haben bei mir Backpacks. Die haben bei mir Backpacks. Ich hab die noch einschlüge. Weg. Raus aus dem Bett. Bei mir ist durch die Taxi-Pack... Lol. Okay, ich solle das Taxi-Pack vielleicht doch rausnehmen. Weil die Villager sind bei mir komplett verpackt. Das reicht mir eigentlich schon für die erste Folge. Ja, die erste... Dorfgefunden. Die Folge geht 8 Minuten, also... Perfekt, wir sind nur rumgelaufen. Perfekt. Ja. Legt euch doch jetzt mal in irgendeinem Bett. Ja, kann ich nicht. Ich bin im Ladescreen. Warum bist du im Ladescreen? Weil ich mein Taxi-Pack rausgemacht hab. Oh mein Gott, Alter. Oh, Junge, es lebt nicht mehr weiter. Ich... Nein. Ich hoffe mal dein. Ich bin mal wieder auf der Welt. Ah, jetzt, okay. Ich sehe schon, kommst du jetzt zu Zombie-Invasionen. Ich schlafe. Ja, ich auch. Ja, ich warte auf Misi. Okay, ich auch. Beachte den Shad einfach nicht. Bist du, was steht denn da drin? Alles. Nichts. Dumm halt. Ach, okay, boah. Erstmal Bäume abbauen. Ja, stimmt, hier gibt's ja Bäume. Bist du, oh, die sehen so cool aus. Die haben so Augenbrauen und Augensäß. Ich bin Zombie, der brennt acht. Warum ruckelt es bei mir auf einmal? Ist gar nix. Ey, klant das doch nicht an. Das ist noch wichtig. Ah, da ist Auto-Jump bei mir an. Welcher Idiot hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja, das frage ich mich auch. Nein, für Handy-Gamers sind es vielleicht geil. Aber Java kann ja nicht mal Handy-Gamer haben. Oh, endlich mal sprinten. Endlich was zu essen. Jetzt kann ich Holz-Ey, Stein abbauen. Wer kann nicht Stein abbauen? Stein kann man jetzt abbauen. Achso. Ist ja genug da. Wie viel hat man gemacht? 100? Äh, ja. Hm. Hm. Äh, du. Nicht ich. Du hast ja die Einstellung gemacht. Ja, aber du hast ihn mir vorgegeben. Wir hätten auch 230 machen können. Ja. Ja, nee. Ey, du solltest das nachpflanzen. Das ist noch wichtig. Alles nachpflanzen. Ach, das bleibt jetzt unser Stützpunkt. Ich dachte, wir reisen weiter. Ja, aber trotzdem. Keine Ahnung. Für die Dorfenwohner, sagen wir mal. Die wollen auch irgendwas zu essen haben. Ja, stimmt. Achso. Ich meine, wir müssen ja erstmal... Es ist hier eigentlich das Spiel denn im Dorf. Nö. Stimmt, wir müssen ja irgendwie weiterreisen. Weil irgendwann... Wir brauchen ja vor allem Spielen. Ähm, was traded ihr denn so? Boah, Junge sieht das geil aus. Äh, ne Lederhose, ne Lederjacke. Das ist für mich ne Jacke und keine Hose, aber egal. Hier ist ein Iron Goal. Hier ist ein Ofen. Den baue ich. Also hier zwei Setzlinge. Setzlinge. Die Tech-Springs verlinke ich. In der Videobeschreibung. Ich nehme mir mal ein Bett mit. Warum auch immer die aussehen wie Bienen, aber... Ich meine, ne Stützpunkt macht ja auch erst Sinn, wenn wir die aushaben. Ja. So richtig. Was man auch probieren könnte. Ähm, erstmal heilen. Warma frisst der Karottenwerk. Das ist gesund. Durch, ähm, Handeln mit den Schmieden. Typen. Leu. Was haben die für Augen? Ah, dafür bräuchte man Kohle. Und Kohle findet man auch nur in Schmieden, Mann. Na, du kannst auch Steaks trainen erst. Dann hast du Emuels. Und dann kannst du den Rest. Hm, ah, es wird lange dauern. Ganz kurz, wer hat den Sätzigen in der Kiste gelassen? Weißt du, wie wichtig Sätzlinge sind? Das ganze Tech-Shop-Packen buggt irgendwie, irgendwie. Ich habe einen Schmelzofen. Ach, der Kirche ist ja auch noch da. Was trade ist denn du? Oh, nix. 32 Verrotteres Fleisch. Soll ich den Brauchstammel nehmen? Äh, ja. Brauchen wir sonst noch was hier rüber her? Nö, eigentlich nicht. Am besten wäre wirklich, wie gesagt, Schmiede. Heißt, wir müssten eigentlich schon weiterziehen. Aber ich würde sagen, ich meine, es ist schon eine Viertelstunde. Und ich muss dann auch los. Ähm, ja, mit der ersten Folge, ich meine, haben wir ja schon was gut erreicht. Wir haben das erste Dorf gefunden. Und ich würde sagen, das wäre es auch damit für die Folge gewesen. Warum hast du schon Leder-Ausrüstung? Hier gibt es so einen Leder-Typen. Ähm, ja, ich würde sagen, das wäre es für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like, den Abonnenten, aktiviert ein Glöckchen, um keine Redezeit mehr so zu passen. Äh, Support ist kein Mord und würde mich freuen, ähm. Support ist kein Mord, kein. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Nö. Okay. Haut rein, Leute, bis zur nächsten Folge und ciao. Ich hab kein Bett. Ich aber. Ich nicht. Ich hab kein Bett.